Heute probieren wir jeden möglichen TNT aus und damit meine ich nicht jeden möglichen, sondern wortwörtlich jeden TNT, Leute. Nein, Spaß, ich probiere nur die krassesten aus. Und ihr fragt euch, warum habe ich keinen Shade an und zwar, das liegt daran, mein PC würde kaputt gehen. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an, Leute. Wir fangen an und ich sage euch ehrlich, mein PC stürzt schon jetzt ab. Ich habe jetzt gerade nur 65 FPS wegen dieser Mod und ich habe eigentlich voll die gute Grafiekarte, sage ich euch ehrlich. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt TNTs aus. Ich würde sagen, wir fangen bei X5 an, Leute. Nicht X5, sondern natürlich X5. Und ich sage euch ehrlich, naja, der ist nicht krass. Also der ist wirklich wortwörtlich noch der schlechteste von allen. Wenn ihr wüsstet, der krasseste wird vielleicht die ganze Map zerstören. Wenn ihr sehen wollt, ob das wirklich passiert, dann schaut das Video bis zum Ende und lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Das würde mich sehr supporten, Leute. Oh mein Gott, ich nehme jetzt den X5. Ich denke, das wird ganz easy sein. Guckt euch das mal an. Okay, ähm, ja. Kann es auch mal explodieren. Wait, what? Leute? Okay, das ist, äh, das ist crazy. Denn X5 hat so viel zerstört, Leute. Also, das heißt ungefähr fünfmal so krass wie ein TNT-Block. Und das hat schon ganz schön viel explodieren lassen, Leute. Also ich bin wirklich gespannt, wie dann am Ende X500 oder falls es X1000 gibt, weiß ich nicht. Oder zum Beispiel, Leute, ich hatte noch eins von früher gekannt. Und das war Meteoritensturm. Das hat wirklich die ganze Map gefühlt zerstört. Ich sage euch ehrlich, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt X10. Oh mein Gott. Warte mal. Was gibt es alles für X10-T's? Ich gucke mal. Lass mich gucken. X5, X20. Ich nehme schon mal alle. Okay. Also, wir kommen jetzt zu X20. Also, 20 mal so krass wie ein TNT, Leute. Und ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht. Guck mal, guck. Wir tun jetzt einfach so Schwein, Schwein. Hi, Schwein. Moinsen. Ja, jetzt ist es ein bisschen vorbei. Oh mein Gott. Ich bin wirklich gespannt, wie wird das aussehen? Wie krass wird es jetzt explodieren, Leute? Und? Ja, wenn es explodieren würde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Okay. Das ist crazy. Und das ist nur X20, Leute. Okay. Okay, ich merke schon. Ich merke schon, das ist crazy. Hier ist noch X500, Leute. Und ich glaube, das wird nicht gut enden. Also, lasst dafür gerne ein Lecker, ein Abo da. Und schreibt in die Kommentare, denkt ihr, mein PC wird das hier überleben? Das, was ich hier gerade mache. Also, ich denke nicht. Aber, hm. Mal gucken. Also, ich bin wirklich gespannt, was jetzt X100 schon macht. Also, was X100 jetzt schon mit dieser Map macht. Ich sage euch ehrlich. Oh mein Gott. Ich mache es jetzt erstmal hier hin. Wir nutzen natürlich alles aus. Und jetzt X100. 100 Mal so krass wie ein TNT-Block. Ey, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, Leute. Es kann alles mögliche jetzt passieren. Es kann richtig krass sein. Und? Und? Oh mein Gott. Alter. Was? Bro. Wie viel hat das denn zerstört? Gucke euch das mal an. Guckt euch das mal an. Hier fühlt sich jetzt alles kaputt. Ey, das kann nicht sein. Also, warte. Warte, warte. Ist hier eine Höhle? Oder was ist das hier? Okay, jetzt glaube ich eine Höhle. Oh mein Gott, Leute. Ey, das ist... Das ist krass. Wie viel das einfach macht. Und das war... Also, 100 TNTs kann man sich einfach nehmen. Und das in einen Block umwandeln, Leute. Das sind 100 TNT-Blöcke. Und ihr müsst euch vorstellen, da ist ein 100 TNT-Blöcke. Ey, also... Das ist crazy, wie viel das gemacht hat jetzt. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt erstmal an einen anderen Ort. Oder? Wobei, jetzt, Leute... Nein, ich gehe an einen anderen Ort. Ich wollte das jetzt hier machen. Aber ich glaube, ich gehe an einen anderen Ort, Leute. Oh, okay, Leute. Hier ist perfekt. Nämlich direkt auf einem Berg. Das ist... Finde ich sehr gut. Also, kann ich einfach diesen TNT jetzt nehmen. Aber den muss ich mir ein Feuerzeug holen, Leute. Boah, was ist das hier für TNT? Das ist Feuer-TNT. Okay, ich mache es am besten am Rand vom Berg. Dann kann ich sehen, wie viel das dem Berg schadet, Leute. Zack. Jetzt X500. 500 TNTs. Ey, Leute, das wird krass. Das wird krass. Ich sage euch ehrlich. Ey, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob mein PC das aushalten wird. Ich glaube schon. Aber es gibt ja noch krassere TNTs. Und... Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ey. Bro. Das ist crazy. Ey, das hat einfach den ganzen Berg zerschmettert. Okay, okay. Ich muss ehrlich sein. Nicht hier diesen Berg. Also, er hat einfach die Oberfläche sozusagen... Oh, mein Gott. Selbst da hinten. Okay, Leute. Wisst ihr was? Ich habe eine gute Idee. Ich mache von jedem... Einmal hier zwei. Hier zwei und hier zwei. Mal gucken. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich bin jetzt gespannt, wie viel das kaputt machen wird. Es kann vieles kaputt machen. Also, wahrscheinlich den ganzen Berg, aber... Okay, okay, okay. Okay. Oh, oh, oh. Oh, ma. Alter. Alter. Ey. Bye-bye-Berg, würde ich sagen. Boah, Leute. Alter. Ich habe einen perfekten Ort gefunden. Guckt euch mal an, wie schön das hier aussieht. Und gleich wird es kaputt sein. Aber, ey. Einfach einen perfekten Kreis. Rein theoretisch. Könnte man hier für die YouTuberinsel ein Haus bauen. Na, Spaß. Wisst ihr was? Ich habe jetzt hier wieder ein paar TNTs geholt. Und ich sage euch ehrlich. Ich habe Bruchsteinhaus-TNT, Kugel-TNT, Feuer-TNT, Schwerkraft-TNT, Blitz-TNT, Timer-TNT, Meteor-TNT, Nukreale... 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 Ich kann es nicht aussprechen. Fatum-TNT und Multipliziere... Ich weiß, was mit meinem Deutsch heute los ist. Egal. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt erstmal Bruchstein-TNT. Mal gucken, was das macht. Also, Bruchstein. Ich glaube, erklärt es von selbst. Aber... Mal gucken jetzt wirklich, was das macht. Ich bin wirklich... Okay. Ein Haus. Ich habe ein Haus gemacht. Er war meint. Dann nehmen wir das Haus wohl an. Dann nehmen wir das Haus an und machen daraus ein kaputtes Haus. Mal gucken. Mal gucken, was cool TNT ist. Das habe ich noch nicht geguckt. Ich wusste nichts. Ja. Okay. Können wir noch ein paar davon jetzt hinter... hinplatzieren, Leute. So. Mal gucken, was es macht. Also, mache ich wahrscheinlich ein komplettes Loch nach unten. Okay. Ja. Sieht ganz nice. Also, ich sage euch ehrlich. Okay. Dann nehme ich die jetzt erstmal weg und kann die anderen schon mal hierher holen. Aber natürlich machen wir erstmal weiter mit Feuer-TNT. Am besten wahrscheinlich bei Bäumen. Weil das ist natürlich ein Feuer-TNT. Feuer... Ihr wisst... Ihr könnt es euch schon selber erklären, glaube ich. Hm. Uh. Hier sind viele Bäume. Ja. Die Bäume sind gleich weg. Denke ich mal. Okay. Dann mache ich das mal jetzt hier genau auf den Baum hin. Ob die Textur vom Baum so komisch aussieht, weiß ich auch nicht. Oh. Oh. Okay. Ja. Also, ich dachte, da kommt jetzt eine krasse Explosion oder so. Aber nein. Ein bisschen TNT. Also, ich glaube, das könnte jeder machen. Ich bin echt enttäuscht von dir, Feuer-TNT. Ich bin sehr enttäuscht. Hm. Dieses Feuer-TNT hat mich sehr enttäuscht, Leute. Also, ich bin sehr enttäuscht davon. Ich sage euch so, wie es ist. Aber wisst ihr was? Schwerkraft-TNT wird mich nicht enttäuschen, denke ich. Ich hoffe, Schwerkraft nimmt mich mit hoch. Also, was das so bedeutet. Wahrscheinlich fliegen wir hoch bis zum Himmel oder so. Mal gucken. Mal gucken, was es macht. Ja. Ja, komm. Zünde. Zünde. Zünde doch mal. Äh. Ja. Ich glaube, das TNT funktioniert nicht, Leute. Oh. Schwerkraft. Oh. Oh, ich fliege. Ich fliege. Spaß. Äh. Hat anscheinend nicht funktioniert. Ja. Ich bin sehr enttäuscht heute. Außer von X500. War crazy. Jetzt Blitz-TNT. Das kann alles sein. Also, seid ihr bereit, Leute? Drei. Drei. Lass erst mal ein Like und ein Abo da. Drei. Zwei. Eins. Und bam. Ich zünde. Ich zünde. Ich bin gespannt. Bin wirklich gespannt. Oh mein Gott. Wow. Wow. Alter. Crazy. Crazy. Oh mein Gott. Aber wisst ihr, was meine bessere Idee ist? Jetzt ein paar mehr davon hinzuplatzieren, damit jetzt, ich glaube, eine kleine Blitz-Explosion kommt, sag ich mal, Leute. Nein, nein, nein. Das Feuer hat schon angezündet. Oh Mann. Ich wollte doch mehr machen. Aber wisst ihr was? Jetzt geht's ab. Oh, scheiß. Warte. Ich muss ja alles anzünden, ne? Na komm, Leute. Würde ich sagen. Alles anzünden. Wow. Okay. Es kann abgehen. Jetzt wird's abgehen. Äh. Oh, was? 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 Guckt euch das an. Oh mein Gott. Ich liebe dich, Blitz-TNT. Alter. Wie krass war das? Ey. Ich mach erst mal jetzt Time-Set-Day, Leute. Also, das ist crazy. Was, was dieses TNT gerade gemacht hat? Was dieses TNT gerade gemacht hat? Bro, das war alles full weiß. Es waren Blitze eigentlich. Okay. Ich mach jetzt mal den Timer-TNT und bin gespannt, was der kann. Ich glaub, der wird nix können, Leute. Warte. Platzier mal hier ein paar hin. Vielleicht mach das ja zurück. Ich weiß, was Timer-TNT zu bedeuten hat, aber wir kommen gleich noch zum nukleares TNT und das wird wirklich krass sein. Ich kenn das schon. Ich hab's mal ausprobiert. Ich hab's mal ausprobiert, ganz früher, Leute. Und ich sag euch ehrlich, das krasseste TNT ever. Wir müssen am besten wohl Mops hingehen. Und, ja, wenn Timer-TNT funktionieren würde, wär's auch mal crazy. Das ist wirklich krass. Ey, TNT funktioniert. hier. Das TNT funktioniert nicht, Leute. Ich glaube, es ist kaputt. Ich glaube, das TNT ist kaputt. Habe ich so das Gefühl. Ähm. Lass mich mal kurz warten, was das jetzt macht. Hä? Ey, das ist enttäuschend. Timer TNT, ich habe mehr von dir erwartet. Ich habe mehr von dir erwartet, aber was machst du? Kleine Explosion? Ey, das geht nicht. Meteor TNT. Wird mich nicht enttäuschen. Das könnt ihr mir wetten, Leute. Ich mache es am besten, wieder hier hinten hin, weil ich weiß, dass das TNT mich nicht enttäuschen wird. Das weiß ich zu 100%. Und deswegen mache ich es jetzt genau hier hin, Leute. Weil die TNT kommen halt hier hin. Ihr werdet sehen, wie krass das ist. Und ja, die kommen, glaube ich, schon direkt. Oh, da kommt das Erste. Oh. Oh. Warte mal, ich dachte, da kommen mehr. Okay, aber eins. Eins ist stark. Aber wie ihr mich kennt, finde ich natürlich verrückt. Und mach ein paar mehr hin, ne? Mach ein paar mehr hin, Leute. Ah, ich glaube, das wird reichen. So, Papa, Papa, anstütteln, anstütteln. Alle anstütteln, Leute. Speedrun, speedrun. Jetzt wird es abgehen, jetzt wird es abgehen. Mein PC... Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein PC stürzt ab. Was passiert hier? Was passiert hier? Das ist crazy. Das ist crazy, Leute. Ich habe gesagt, das würde mich nicht enttäuschen. Ich glaube, das ist krasser sogar als dunkler TNT. Was? Was? Oh mein Gott. Also, dieses Loch ist so groß. Bro, das hätte ich niemals gedacht. Ich... Ich komme nicht auf mein Leben klar. Guck mal, guck dich mal das Loch an. Also, ich merke mir für das nächste Video, wenn ich das irgendwann mache, Meteor ist das krasseste. Aber das finde ich crazy. Was ist da gerade passiert? Habt ihr das gesehen? Ja, ich denke schon, aber... Was? Okay, also... Das ist crazy. Warte, ich warte schon mit kurzem Tier TNT, weil das passt perfekt. Tier TNT, weil... Nuklear macht ein paar Sachen damit. Sag ich mal so. Das werdet ihr jetzt auch erfahren. Als wir machen, wie gut das TNT hier, Tier TNT hier hin. Ist nicht gerade... Äh, was? Äh, warum kommen jetzt große Zombies? Naja, never mind. Nimm mir kurzes Nuklear TNT, ne? Ich kann schon mal sagen, tschau tschau, Leute. Glaub ich. Also, das kann sein, dass ich jetzt lag, Leute. Ich weiß nicht mehr, wie krass das ist, aber es war extrem crazy. Also, mehr weiß ich gerade auch nicht. Oh. Warte. Warte. Ich hab mal nach hier... Yo. Yo. Okay. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich wurde nicht enttäuscht, Leute. Das ist auf jeden Fall nicht. Also, enttäuscht wurde ich auf jeden Fall nicht. Aber ich dachte, das wäre krasser. Oder... Was? Oh, ich hab mein Feuerzeug weggemacht. Was? Okay. Die Bäume sind weg. Ja, na klar. Nuklear ist natürlich so Gift, ne? Wisst ihr ja? Und, ähm... Ja. Ja, ist halt Gift. So, die Tiere sind weg. Wenn ich jetzt mal in Game Mode 0 gehen würde, wäre ich wahrscheinlich direkt tot. Aber... Oh, okay. Ja. Okay, Leute. Es ist ein bisschen schwindelig. Aber es... Ja. Macht hier sich so viel Schaden. Aber ich denke, ich komme damit klar. Also, ne? Ja. Das TNT war ganz geil. Jetzt haben wir noch zwei TNTs. Ich kann gleich noch mehr holen, wenn ihr wollt. So. Jetzt kommen wir zum Phantom TNT. Davon habe ich noch nie gehört. Ich habe wieder mein Feuerzeug weggemacht. Ey. Ich bin voll schlau. Also, ich bin voll schlau, Leute. Okay. Was ist denn hier passiert? Ja? War ich das gewesen? Äh... Ja, stimmt. Äh... War ich das gewesen? Naja. Ach, stimmt. Leute, ich bin dumm. Naja. Wir machen hier jetzt das Phantom TNT hin. Ich bin wirklich gespannt, wie krass das sein wird. Äh? Hä? Was ist denn? Ja. Okay. Ist halt schlecht, aber ist auch nicht cool. Also nicht gut. Dann haben wir jetzt direkt das nächste Mal. Spannend war es nicht. Ich kann dazu jetzt nicht viel sagen. Aber ist das hier jetzt multiplizierendes TNT? Okay. Oh, yo. Springen die TNTs? Was? Äh, wie lange geht das jetzt? Wie lange... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Okay. 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 Ich komme damit klar. Also. Wie viel das jetzt hier kaputt ist? Wie viel hier kaputt ist? Vor allem hier hinten. Ich komme immer noch nicht auf diese Meteoren klar. Na klar, das war nicht nur einer. Das waren schon ein paar mehr. Wo war das gewesen? War das gewesen, Leute? Äh, hier. Hier war es doch gewesen. Ah, hier. Stimmt. Hier ist ja, ähm, das Dschungelgebiet. Und wie krass das einfach war. Wie krass das war. Ich jetzt mal hier hin. Boah, 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 boah. Okay, Leute. Zum Abschluss machen wir noch drei TNTs. Weil die haben sehr gut geklungen. Und ich sage euch ehrlich einmal. Illuminati, Fleck und schwarzes Loch TNT. Ich bin auf schwarzes Loch und Illuminati TNT gespannt. Deswegen machen wir als erstes Fleck TNT. Kann alles sein. Ich habe keine Ahnung, Leute. Die Namen waren einfach nur krass. Und deswegen die letzten drei TNTs für heute. Und das kann wirklich alles sein jetzt. Also, die ganze Weltkamp kann kaputt gehen. Oder einfach nur ein klitzekleiner Fleck. So, wisst ihr, was ich meine? Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt. Mal gucken. Mal gucken. Wir werden es jetzt herausfinden. Wenn das jetzt mal aufhören würde, hier die ganze Zeit, ja, zu blinken. Ja, jetzt explodier doch mal. Ja, es dauert echt lange. Es dauert sehr, sehr lange, merke ich gerade. Ja, komm, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Das kann ewig dauern. Mal gucken. Ist er explodiert? Ist er explodiert? Warte. Weck die Map? Nein. Ich wurde getrollt. Ja, weiß ich was. Ich rede nicht viel dazu. Ich nehme Illuminati. Das wird mich nicht trollen. Hoffe ich. Das wird mich hoffentlich nicht trollen. Okay, Illuminati. Es hat schon dieses Zeichen. Hier. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ja. Enttäuscht ist es nicht. Also, ist nicht besonders groß für diesen Namen, den er hatte. Aber, ey. Ist ein Illuminati. Ist ein Dreieck. Ist okay. Ist okay. Und deswegen werde ich mir noch eine freie Fläche holen. Und das zwar hier. Direkt. Und werde ich das schwarze Loch ausprobieren. Ich bin sehr gehypt, Leute. Lasst dafür ein Leibkorn. Abo da. Und ich würde sagen, drei, zwei, eins und los. Ich gehe schon mal weg. Schwarzes Loch, Leute. Schwarzes Loch. Okay. Oh, oh. Es geht hoch. Okay. Oh, nein. Nicht mich. Nicht mich. Nicht mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert hier? Lasst mich in Ruhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ihr seht nichts. Game on 3. Game on 3. Okay. Geht doch nicht. Aber. Oha. Oha. Wisst ihr was? Leute. Zum Abschluss des Videos. Ne. Schaut euch auf jeden Fall das letzte Video an. Ne. Wisst ihr genau. Und ich würde sagen. Das war euer. Warte. Warte. Noch kurz. Kurz. Das war euer. Lel Snoopy. Ja. Ja. Warte. Warte. Die müssen noch kurz. Die müssen noch kurz. Ja. Benutzt werden. Wisst ihr doch. Und ich würde sagen, Leute. Das war euer Lel Snoopy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ciao. Ciao. Ich lege. Ich lege. Ich lege. Was ist hier passiert?